Herr Huber ist ein engagierter Unternehmer. Er hat zufriedene Kunden und freut sich darüber. Allerdings möchte er seinen Umsatz gerne steigern und fragt sich, wie er das anstellen soll. Er recherchiert und entdeckt, dass die Konkurrenz viele Bewertungen im Internet hat. Laut aktuellen Studien machen über 70% aller Kunden ihre Kaufentscheidung von Bewertungen im Internet abhängig. Das will Herr Huber sofort zu seinem Vorteil nutzen. Er wird auf Meinungsmeister aufmerksam. Die kümmern sich nämlich genau um das, was er braucht. Bewertungen für sein Unternehmen sowie deren Verbreitung im Internet. Allerhöchste Zeit für Herrn Huber zu handeln. Ihm wird klar, dass es wohl kaum eine glaubwürdigere und kostengünstigere Werbung gibt. Das Gute an Meinungsmeister? Nur Kunden, die vor Ort waren, können ihn bewerten. Das bedeutet für ihn authentische und glaubwürdige Bewertungen. Dafür stellt ihm Meinungsmeister praktische und unkomplizierte Bewertungsprodukte zur Verfügung. Und auch für die Kunden ist es herrlich einfach. Sie müssen sich für eine Bewertung nicht mal registrieren. Dann geht alles ganz schnell. Die Bewertungen seiner Kunden gehen online auf die großen Internetportale von Gelbe Seiten, das Örtliche, das Telefonbuch, GoYellow und GoLocal. Mit über 65 Millionen Besuchen pro Monat. Angenehmer Nebeneffekt? Herr Huber wird dadurch auf Google und Co. besser gefunden. Ohne was dafür zu tun. Und auch auf seiner Homepage kann er die Bewertungen anzeigen. Wie praktisch! Herr Huber ist zufrieden. Sein Unternehmen ist erfolgreich wie nie. Meinungsmeister. Empfehlungen für Ihr Unternehmen.